Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA 5 Aslak Piedissel, steht gerade vor seinem neuen traumhaften Haus und Leute, die anderen wollen wir eine Überraschung machen und ich bin sowas von aufgeregt, ich habe hier vorne schon mein Auto abgestellt und warte praktisch nur hier vor meiner Haustür, dass die anderen jetzt gleich angefahren. Hallo! Hallo! Hallo Freunde! Überraschung, steigt ein! Okay, was machen wir heute? Wir tanzen eine Runde. Wir tanzen eine Runde? Ja! Ja! Okay, jetzt bin ich aber überrascht, womit habe ich das denn verdient, Freunde? Du warst so nett zu der Gesellschaft in den letzten Parts. Ja, du warst einfach der beste Aslak. Ja, 2016. Bin ich Aslak des Monats geworden? Ja, auf jeden Fall. Wieso habt ihr so gezögert? Ja, es gibt ja noch Haftbefehl. Oh stimmt, keiner ist krasser als Haftbefehl, Alter. Hallo, aussteigen. Aussteigen, okay. Da drüben, wo der Tanzschuh auf der Map ist. Darf ich euch kurz eine Frage stellen? Ja. Wieso seid ihr keine Brothers for Life mehr? Ich bin grün. Ich bin blau. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin blau. Du bist irgendwie ein alter Sack, Alter. Da, guck mal, ich bin Brother for Life, Paludin. Ja, Brother for Life, ey! Oh, ich hab dich schon mal durchge... Ich bin nur incognito unterwegs. Ich bin auch, okay. Ja, endlich sind wir wieder Brother for Life. Ich bin cool. Wo, wo geht's längs? Wo müssen wir hin? Brother? Hier, warte, folg mir. Ja? Ja, okay, ich folge dir. Alter, was ist denn bei euch los? Hey, du weißt du kein Manual! Ich folge auch, Manu. Hör auf! Ja, wo war der denn nochmal? Ich hab ihn vergessen. Ach da. Ja, komm mit. Ich folge einfach Zombie. Der ist der Einzige, der wahrscheinlich ein bisschen Warnung hat. Ja, ich weiß es. Okay, ich folge meinem einzigen Brother for Life. Attentat! Oh Gott! Ich hab dich beschützt. Okay, danke, Alter. Der wollte gerade eine Waffe ziehen. Ich hab reingetreten. Was ist denn das für ein Club? Ja, hier sind wir. Kann man hier tanzen? Oh, wo ist das? Beim Vanilleeinhorn. Ah, Einhörner sind immer nett. Da, du musst hinzahlen, damit er das sieht. Okay, mach ich. Da, das ist Willi. Hallo Willi, guten Tag. Wie geht's dir, Willi? Ich freue mich schon auf... Er sucht Stress. Ich glaub, der fühlt sich gestern. Hey, was macht... Au! Freunde, was macht ihr denn? Los Paluten in Ruhe. Ich tröne Geburtstag. Was ist denn mit los? Ich hab doch gar keinen Geburtstag. Reintreten. Nein, warte, was... Ja, ist alles gut? Ach, Mensch. Ah, nicht mich. Er schläft. Was ist denn das? Oh. Hallo, guten Tag. Ich bin schon der Erste. Hi. Hier sollen angeblich Beautiful Ladies sein. Da ist die erste Lady. Hier. Oh, was ist denn da gerade? Was hast du denn da gerade gemacht? Ich hefft über die Stühle und falle immer um. Das ist doch keine Beautiful Ladies. Ich bin der Model. Guck mal. Hey, wie bist du denn da hochgekommen? Ja, und ich hier. Ich bin der DJ, Leute. Ich gebe da hinter die Bühne und wir treffen uns da. Leute, das ist keine tolle Über... Ja. Hä? Weg hier! Irgendjemand hat Criminal Scum gesagt. Wer bist du denn? Hallo? Angeblich ist hier ne tolle Party mit meinen Freunden. Fang mich auf. Ja, mach ich. Leute, ich mix die Musik. Was? Beschieß denn? Beschieß denn? Was? Das sind Bullen. Woh? Tummi ist tot. Da komm... Es kommen Bullen rein. Verteidigt. Ich hab ihn. Verteidigt unsere Party. Da sind noch mehr. Was ist denn hier los? Ja, warte. Maudano, vorsichtig. Ich mach Party. Ja, warte. Ich sprenge ihre Verstärkung. Okay. Vorrücken, Leute. Vorrücken. Okay, Zombie. Tötet ihn, tötet ihn. Das ist ein Völker. Der ist jetzt tot. Der ist jetzt tot. Nein, nein. Das ist Zombie. Der erste Brasser von live. Oh Gott. Da ist der Granato. Okay. So richtig. Weiter nach vorne. Wir müssen fliehen, Leute. Wo ist der Heli? Wo ist der Heli? Wir müssen zum Heli. Oh mein Gott. Schaffen wir das? Ich weiß nicht mehr, wo ich gepackt bin. Wo hab ich gepackt? Oh, hier. Genau, hier längs. Beilt euch, okay. Leute, die Party ist mal wieder ein bisschen. Leute, wo seid ihr? Schnell, Manuel, beeil dich bitte. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Oh Gott. Lasst euch Geburtstagskind in Ruhe. Schnell rein, schnell rein, schnell rein. Los geht's. Ach, was ist ein scheiß Geschenk. Wo ist denn Manuel? Ja, ich bin drin. Ach, war, war, war. Achso, du bist drin. Okay, ja, ich drück ja schon. Okay, ja, hinter uns sind noch ein paar Willis. Okay, okay, wir fliegen los. Oh, keine Bullen, ey. Oh Gott. Oh Gott. Kein Problem, ich versuche ein bisschen auszuweichen. Ich schieße ihn ab. Leute, wieso eskaliert das immer, wenn wir eine kleine Party machen wollen? Okay, wir haben, wir haben, wir haben, wir haben, ich hatte den, ich hatte den, das war die Party offenbar. Wir schützen ab. Tun wir? Ja. Der stürzt ab, oder? Nee, ey, der, der fliegt nicht normal. Ich hab den. Wo? Ich hab ihn. Hä? Oh Gott. Nein. Ding ist aus. Klopum. Nee, nee, alles gut. Aber eben hat, eben hat er einfach aufgehört zu fliegen. Das war echt ein bisschen strange. Ja, wir qualmen auch komplett. Aber ist doch okay. Entschuldigung, ich bin nicht so gut hergeflogen. Oh, oh. Seht ihr das? Ich drück die ganze Zeit W und manchmal, oh Gott, jetzt haben wir vier Sterne. Ja, geil. Stürzt er ab, oder was? Wir gehen auf die, auf die Hollywood Hills. Okay. Wohnt da zufällig jemand von euch? Hat da jemanden? Ich schieße euch schon mal hin. Okay, da oben, Winewood. Alles easy. Oh Gott. Komm schon, ab nach oben. Ab nach oben. Nein. Wir haben genügend Party gemacht. Oh, oh. Was piept hier gerade? Was ist das denn? Ich glaub, der Heli funktioniert nicht mehr so. Nein, der funktioniert auch gerade nicht. Warum geht der denn kaputt? Ich weiß es nicht, ich geh auch raus. Nein, Arschlack. Oh, Arschlack. Nein, warum bist du... Hey, die ist auf ihn draufgefallen. Echt? Bei mir, bei mir, Arschlack, ich bin da freundlich. Komm mir Hilfe. Alles, alles gut. Hallo. Die Bullen. Minion. Mir geht's gut, mir geht's gut. Okay. Wir brauchen ein Flugfahrzeug. Da unten. Okay, sehr gut. Ja, ein Van, Van. Ja, warte, ich hab keinen Stern. Ich schnapp mir deren Auto. Ja, ja. Ach, deren Auto. Ach, du Scheiße. Ja, ja. Ja, warte, ihr müsst... Ja, das ist mit dem Blaulicht. Ja, genau das hier. Okay. Ihr beschießt von da oben. Wie scheiße Helikopter. Schnell rein, schnell rein, schnell rein. Oh Gott, oh Gott. Ich bin gleich tot. Gott, Manuel, beeil dich. F-f-f-feil. Ja, ja, Samuel, muss rein schnappen. Okay. Ach. Ihr habt den Fahrer der Feinde kaputt noch geschossen. Okay, sehr gut. Helikopter. Was machen die denn da? Geht weg. Wollen wir hier irgendwo... Warte mal, wir brauchen irgendwie... Oh, nein. Warte, ich drücke. Ein Reifen von uns wurde beschädigt. Aber mal so fettroyal. Wir müssen hier rüber springen. Bring Peluten. Ja, warte, ich probiere es. Oh Gott. Es gibt leichte Probleme. Ich triff die nicht. Alles easy. Wir springen hier runter. Alles noch gut, Leute. Wir müssen nur hier... Oh Gott, dieses Auto ist sowas von im Arsch. Mann. Wuh. Wuh. Okay, wartet. Wir müssen vielleicht das Auto wechseln. So fänden wir die Möglichkeit dazu. Ja, wir... Guck mal, das Orangen. Ja, genau, das ist perfekt. Das ist ja echt schick. Ah. Nein, nein, nein. Nein, Zaube. Was? Was habe ich dir getan? Was habe ich gemacht? Ich weiß es nicht. Du hast mich angeblich in die Luft gejagt. Aber ich bin wieder da. Alles gut. Wo hast du das Orosche Auto? Ah, ich bin angefahren. Okay. Wir gehen einfach hier. Das sieht sehr gut aus. Die Helikopter, Leute. Ihr müsst die Helikopter zerstören. Einen habe ich. Okay. Äh, Meni? Ja, äh, er wird... Oh Gott, hinter uns. Steigt doch bitte einfach ein. Ja, ich... Steigt doch einfach. Jetzt fahr, fahr, fahr. Ja, mach ich, mach ich. Haben wir noch andere Reihen? Ja, wir haben noch andere Reihen. Okay, sehr gut. Auf den Heli da oben. Das ist meistens die halbe Miete, wenn wir alle Reihen haben. So, wir fahren ein bisschen Cross-Country, Leute. Ja. Alles gut. Ja. Einfach auf den Rotor zielen. Okay. Wieso ist da vorne so ein Flammensymbol? Weil wir Lid sind. Vielleicht... Ja, wir sind Lid. Oh Gott, hier. Alles easy. Wir brauchen irgendwie so eine fette Sprungschanze, wo wir einfach wegkommen. Gibt's sowas? Ich weiß es nicht. Eine tolle. Aber ich weiß nur, dass der Wagen ziemlich scheiße ist. Oh Gott! Vorsicht! Kommt! Warum hast du denn so gelenkt? Weil ich die ganze Zeit auf der Steuerungstaste war. Kein Problem, Leute. Ach. Da ist ein... Da, den, den, den will ich dir geben. Was? Nein. Bleib doch stehen. Der da. Wer denn? Ja genau der. Hallo, der. Hallo. Den muss der haben. Was denn? Okay, okay. Bleib stehen. Ey, der fährt einfach weiter. Wen willst du denn? Was machst du denn da? Ich seh nur mal da, der gleich überfahren wird. Da oben, da oben, da oben, da oben. Nimm Zombey. Zombey, halt den Lastwagen an. Was für ein Lastwagen? Nimm Zombey. Wir können Lastwagen. Ja, auch keinen. Nicht so ein Schle... Hab ich mich da eingebildet? Ich glaube schon, ja. Hier ist so ein... Da ist so ein LT-Ding. Na. Boah. Das ist doch perfekt. Oder? Ja, dann kannst du uns abspritzen. Ich will euch nicht so wieder... Oh Gott. Warte. Ah! Was ist denn... Hier war der Zombey wieder. Oh, steigen. Komm, wieder passen wir... Aufsteigen. Geht das? Okay, wieder falsch. Da fallen wir doch alle runter. Ja, ich probier. Aufsteigen. Ja, mach ich ja schon. Okay. Du, du, du. Oh, hab ich dich jetzt? Wo ist das gelandet? Hinter dem Wagen. Zünde es einfach. Ja? Oh ja. Guck, hier ist alles sicher. Wir fallen ja nicht runter. Wieso nicht? Es gibt auch das, wo man nicht runterfällt. Keil. Weil GTA. They see me rollen. Manuel, bitte. Bitte töten. Dein Gesicht fehlt. Au! Nein! Nein! Was haust du mit dir? Oh! 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 Ich bin schon wieder! Hallo! Hallo! Was haust du denn immer mit ihm? Da rutscht er wieder runter und fliegt total. Ja, ich flieg vor allem hoch und überlebst und du bist einmal berührt und bist raus aus dem Leben. Warte. Fahr, 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 fahr! Ja, warte! Ich krieg das nicht an! Genau, genau! Fahr, 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 fahr! Alles gut! Nein, 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 nein! Nein, wir haben heute Abend verloren! Fahr trotzdem! Kommt! Fahr, 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 fahr! Bei mir ist Maud out of all gegen den Wagen gerannt. Ja, bei mir auch. Und Party! Party all the time! Party all the time! Party all the time! Alter, hier ist echt geil drauf. Hier lebe ich gerne. Natürlich. Mir gefällt, oh Gott, oh Gott. Wir haben einen niceen Stunts machen wir heute. Ja, toll. Das letzte Mal so einen Stunt gemacht, da hast du mich überfahren. Ich bin am Piano! Oh nein, du hast mich verloren! Oh Gott, ist da noch ein Berg! Oh Gott! Alter! Alter, ich lebe! Maud out of all the time, da noch weiter! Maud out of all the time! It's on fire! It's on off! It's gonna be a fire! Sama, man merkt so, ob die was? Hey, weißt du, wen ich hier vorne drin sehe? Ich sehe gar nichts! Ich komme wieder, ich bin hinter euch! Ja, komm vorbei, menü! Okay, ich verrückwärts! Oh, ey! Ah! Alter! Die Bullen! Fahr, 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 fahr! Oh Gott! Alles gut, alles gut, wir sind sicher! Oh Gott! Ah, hinter dem Auto! Und die Jazzhände! Und die Jazzhände! Und die Jazzhände! Oh! Oh! Menü, vorsichtig! Ich mache ein Foto von dir! Okay, mach ein Foto! Ja, danke! Oh, Alter, da spielt er die Gitarre! Oh Gott! Jetzt ist dein Foto! Oh Gott! Ich bin doch drauf! Ich bin doch drauf! Ich bin doch drauf! Ich bin tot! War ne Kurve! Ich hol dich, Manu! Ich treffe ihn nicht! Ich nehme Beweisfotos auch! Oh Gott! Da vorne sind ganz viele Polizisten! Beweisfotos! Oh Gott! Oh nein! Ich steig einfach ins Auto ein! Ist kein Problem! Tschüss! Ok, ok, Leute! Steigt bitte alle schnell ein! Maudato! Rein hier! Bin drin! Ok! Ah! Manu ist down! Zombie auch! Ok, warte! Ja, weil du mich abgeschossen hast! Oh, hier vorne! Manu rein! Na! Oh! Was will ich gar nicht rumgefahren? Oh nein! Ich werde angerufen! So! Komm rein! Oh! Zombie! Du schaffst das! Ok, sehr gut! Oh, hier brennt's! Ok, wir fahren jetzt einfach nur noch in die Freiheit, Leute! Da oben kommen schon wieder die Helis! Ja, ja, ja! Wir schaffen das! Glauben mir! Ich mein... Moment! Oh Gott! Kurze Probleme! Kurze... kurz mal spinnen! Das kriegen wir hin, Leute! Wir fahren jetzt... Ich schmeiß den Granat nach hinten! Ja, warte! Nicht zu viel! Vielleicht werden wir die drei Sterne sogar noch los! Ach so! Ja gut, dann... Dann können wir ein sorgenfreies Leben beginnen! Ja, wir können uns auch stellen! Direkt neben uns ist das Gefängnis! Von... Ja, nee! Ok, wir... Wir opfern Manuel! Der ist doch sowieso gerade AFK! Kann ich den irgendwie rausschmeißen? Geht leider nicht! Mist! Oh, das wär cool! Könnt man reinfahren und ihn dann aufzuwerfen! Doch doch! Ich kann ihn bestimmt... Warte, bleib stehen! Ich werf ihn raus! Stimmt! Wenn du ihn mit F ge... Obwohl... Warte, warte, warte! Nein! Charakter! Mach das Richtige! So! Hier hingehen und... Aber könnten wir nicht ins Gefängnis? Ja egal! Wir laden ihn ab! Tschüss Manuel! Loser! Noch nen Schuss! Damit die Bluthunde die Pferde aufnehmen können! Tschüss Manuel! Oh, und durch den kommen jetzt bestimmt, weil alle zu ihm sind... Aber er hat bestimmt auch Sterne! Nein! Was? Die Polizist Manuel! Es tut mir leid! Ich... Wenn es genau... Oh! Manuel! Manuel! Okay! Ich hoffe mal er... Ich hoffe mal er respawn... Ich hoffe mal er respawn... Wir haben Manuel getötet! Wir haben einfach Manuel getötet! Wir müssen Manu verteidigen, wenn er wieder spawnt! Da ist er! Ja da ist er! Schnell! Manuel! Steig doch bitte ein! Bitte! Wir haben es nicht so gemeint! Bitte Manuel! Es tut uns leid! Bitte! Steig ein! Bitte! Manuel! Bitte! Oh bitte! Warte Manuel! Ich überred ihn! Ich schiebe ihn einfach... Oh Gott! Willst du ihn nicht überleben? Du steigst da jetzt ein! Oder ich töte dich! Manuel! Er... Er will einfach nicht einsteigen! Vor allen Dingen hier rattern die ganze Zeit! Die Polizisten! Warte ich stell mich! Oh Gott! Versuch den ein! Och nein! Och! Okay Maudado! Wir... Wo... Wie viele Polizisten hier schon getötet haben? Ich stehe noch 10 leere Autos! Ah! Da vorne ist Maudado! Ok, ok! Manuel! It was always a pleasure! Komm rein Maudado! Wir fahren jetzt! Wow! Was war da denn los? Wieso hast du dich selbst umgebracht? Ich hab... Ich hab die Granate in der Hand gehabt! Mach's mal! Warte ich komm... Ich komm... Komm rein! Ja ich komm rein! Dann ist das dann! So auf dem Rücken! Warte! So steig ich! Oh! Ist ein schickes Auto! Unser CEO ist fort! Pflegst du das jeden Abend? Jaja! Ich hab das jeden Abend putzen und... Jaja! Ich hab das jeden Abend putzen und... Ich hab das neu! Hinterreifen... Der rechte Hinterreifen... Wann hast du das letzte Mal ausgewechselt? Äh... 2004! Oh! Das war noch ne... Andere Zeit aber... Oh man! Der Hinterreifen ist so nervig! Ohne dieses Ding! Okidoki Leute! Bevor das ganze noch komplett eskaliert... Würde ich sagen... Das war's mit der heutigen Folge von GTA! Wir... Wir werden das auf jeden Fall schaffen, Alter! Wir haben vier Sterne! Haben äh... Keine... Keine Hinterreifen mehr so wirklich! Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder! Lasst ne Bewertung da! Wenn es euch gefallen hat... Schaut bei Zombie Maudado und German Let's Play vorbei! Die sind alle ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt! Hier wird noch ein bisschen gedanced! Maudado macht noch ein paar Dance-Moves! Zombie hat auch nen schicken neuen Kopf! Am besten wär ich dafür, dass du uns jetzt alle nochmal sprengst! Für das Grand Final! Kann irgendwie nicht... Charakter? Ah, ok! Ciao, ciao!